Unsere Zutaten sind heute 1 Kohlrabi, etwa 400 Gramm 2 dicke Möhren 10 saure Gurken aber die kleinen ungefähr 100 Gramm Mais und Mandelstifte aber davon brauchen wir nicht so viel ungefähr 50 Gramm Schale kommt als erstes der Mais Zelle Gurken schneiden wir in kleine Stückchen den Kohlrabi schneiden wir erstmal in die Scheibe Möhren zu schälen Wir bringen Wasser zum Kochen und geben unsere Möhre dazu etwas an Zelle mit Zelle und Zelle mit Möhren Untertitelung des ZDF für funk, 2017